Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale, will die Ton anschalten, wo drücke ich drauf? Erstmal auf das Fallschirm? Egal, ja wieder ein bisschen spät, egal. Obwohl, ne morgen, alle 4 Tage kommt der Video. Ja, ich nehme das diesmal einen Tag vorher auf, weil ich nicht für 100% wusste, ob ich das jetzt hier richtig hoch laner wurde oder löst. Hm, ne, ich hab gefühlt ein wenig aktiv ist nur ein Clan. Ja, so ist es halt. Spiel mal gesuchtet, jetzt eher weniger am Start. Oh, alle wird 13er. Hm. Okay, nicht mal vergessen damit anzugreifen. Interessant. Ne, geil. Nur ein Flag. Bleiben wir einschlagen, super. Bleiben wir einschlagen, super. Konzentration ist angesagt. Bis jetzt liege ich halt zurück. Und ich kann halt nicht richtig angreifen mit so einem scheiß Tesla da. Warte mal, ich kann jetzt mal noch... Warte mal, ich kann jetzt mal noch... Neun Schloss. Ja, ordentlich. Ja, ordentlich. Ja, jetzt kommt ein richtig schöner Schaden ran. Schade. Ja. Ja, das ist schon mal dran. Wir setzen den Fisch vielleicht grad echt ein bisschen behindern, aber. Kein Schlag. Super. Wichtig. Ich habe die Musketeeren nur als Schutz hingesetzt, unnötig, aber bis jetzt doch immer. Das war jetzt von mir. Das war jetzt von mir. So, das Match werde ich verlieren, leider, 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 Leid ist gut, oder weh ist gut. Eine Runde hinterher zu verlieren und dann nochmal zu gewinnen, ist so unwahrscheinlich. Okay. 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 Hey Junge. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich hasse dieses Spiel, ehrlich. Ich spiele überhaupt noch eine zweite Runde. Ich bin dumm. Ich weiß nicht noch gar keinen Bock mehr zu spielen. Ich weiß nicht noch gar keinen Bock mehr zu spielen. Ich weiß nicht noch gar keinen Bock mehr zu spielen. Ich weiß nicht noch gar nicht mehr zu spielen. Waaaah. Ich habe den Officer keinen Bock mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Danke, mein Toon. Hä? Ja, als ob Pfeile so viel Schaden machen. Thomas Light, das ist mir jetzt schon klar, nein. Deine Demonstration aber auch. Das freut mich. Gut, so gut wie tot. Das geht mir mit seinem Hut so auf den Sack, weißt du das? Ah, wir kommen nochmal zurück mit dem Mega-Ritter. Wir haben den Fächer-Sack vom Botpark, also. 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Überlebt hast du das? Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Game gehabt. Guck mal was heißt, wenn man das genau erkennen will. Der hat den ganz runter drückt. Der kommt halt immer dran, das ist so geil. Ungewand. Boah, der hat jetzt überhaupt keine Lust mehr. 48 pro Kale Minus. Komm, 48 pro Kale Minus gemacht. Ich krieg 28 plus 20 Minus. Digga, du spielst so einen Hüse und so, ne? Du kriegst 48 pro Kale Minus, du kriegst 28 pro Kale Plus. Digga, wie scheiße will das Game sein? Jaaa. Ich fick dieses Game, Alter. Bald kommst du auf den Serien. Tschau.